Dupi! Servus! Ich bin's wieder. Heute Katergespräche mit meinem lieben Gast Manuel Ortlechter. Servus, hi! Was glaubst du, warum heißt es eigentlich Kater? Die Abkürzung von Katastrophe. Katastrophe! Das würde ich für die meisten anschätzchen und deswegen heißt es Kater, das ist einfach die Abkürzung. Das ist was Neues, das habe ich noch nicht gehört. Nehmen wir mal an, dein schlimmster Kater hätte einen Bandnamen. Wie wird der heißen? Wahrscheinlich eine Mischung aus drei. Aha. System of a Down. Okay. Die erste. Die erste ist gut. So ein Dreierpack. Danach Sofasurfers. Sag ein Stadion ohne Bier wäre wie? Wie Eis ohne Cream. Welche Dinge glaubst du machen für dich einen Körner aus? Also wenn ich weiß, ich kann bis daher, ich könnte noch weiter, aber es wäre nicht gescheit, dann ist er ein Könner denke ich, oder? Ja, ich denke auch. Das ist ziemlich gut. Und jetzt Manuel, die finale Frage. Bist du eigentlich bereit für den Klub der Könner? Ich bin jetzt aber mehr als Berett für den Klub der Könner. Aber wohl mehr als Berett. Dann kriegst du von mir den Könnerpullover. Das war's mit den Katergesprächen. Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du da warst. Ja, ich sag danke für die Einladung. Danke, liebe Körnerpullover. Körnerpullover. Labo!